das sind portugiesische mülleimer das geht da ganz tief rein und guck mal guck mal hier das hier da vorne das ist ein müllabfuhr und der macht diesen ganzen müll von da unten rein der hat hier so eine gabel und so was damit das gemacht wird der goldmann hat den rat geholt das ist richtig geil das ist amüsant so einen portugiesischen müllabfuhrwagen anzugucken portugal ist immer für eine überraschung gut und wir haben hier eine portugiesische stelle gefunden wo wir pennen heute